hallo zu einer suvarium folge hallo im deathmatch weiß gar nicht ob ich den thron richtig eingestellt habe hier ich komme nicht drüber irgendwie ach das steam map ach das gras ist nicht mehr matschig nicht das war bei mir aber selbst auf nicht richtig matschig also verstehe ich nicht so ganz okay verstehe ich sehe wieder kein ich sehe hier wieder kein ja ich habe können echt jetzt schon da ist ich sie kann ich snipe halt hier wieder eine doch ich sehe ganz viele gegner aber ich habe eine schrottflünder und das bringt auf entfernung gar nichts lauft einmal du ja ich bin gerade hier aber kann da aus und rum laufen ich sehe nicht mehr die kirche woher kommen raus kommen raus kommen raus kommt raus hier kann man glaube ich richtig geil kämpfen oder gegenüber rasch nur lieb die bots in diesem spiel was ist das die sind echt stark ich bin echt scheiß irgendwie aber ich werde schon wieder geschossen irgendwie nein oh scheiße bin ich denn jetzt wirklich das ist das waffe wechseln das nervt nichts alter der bot hat mich auch fertig gemacht ne die haben echt eine schnelle reaktion zu spielen wie richtige spieler alter das ist echt pervers ja kis kann man ja unbesiegbar sozusagen einstellen ja das stimmt aber die spielen halt wie so ein echter also man kann ich kann die kaum unterscheiden alter echten spieler und das gibt es doch immer nicht also die bots die sind stärker als manche spieler aber ne das ist kein bot pukulofilpses ne das ist kein bot so schnell konnte ich gar nicht zielen also diese bots sind wie es da ähm mit einem schweren maschinengewehr richtig stark weil die können irgendwie äh ja die haben keinen rückstoß ja die können da echt einfach nicht mal wegholzen da oder beziehungsweise die können halt den rückstoß richtig ausgleichen ne der rechert der auf mich geschossen ist ja gut so gemacht ja der hat dann auch auf mich gezielt aber diesmal hab ich einen tic schneller abgedrückt der hat mich vorne angekillt genau der gleiche genau an der gleichen stelle das war sein fehler hinten bei der kirche sind die ganze zeit welche jawoll ja nein bitte nicht ach scheiße kackbots alter du hast keine chance gegeben von die wissen exakt wo du bist glaube ich und manchmal rennen die richtigen die ecke und die schießen fangst du eigentlich direkt an zu schießen eigentlich ne ne ja das ist richtig pervers ne 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 Na, warte, ich probier's nicht einfach aus. Oh, Alter! Vielleicht soll ich mal Gegner auf Entfernung bissl bekämpfen. Ach, laufen wir gleich da runter. Alter, Mann! Mann, wie er schießt und direkt wegläuft, ne? Der hat genau gewusst, dass er mich getroffen hat. Er hätt auch voll daneben geschossen haben können. Ach, Mann. Aber die Leute können das Spiel teilweise echt gut, ne? Ich bin dann so ein Typ, der spielt alles und ist von allen so... Achtung, über dir ist ein Gegner. Ich hab ihn getroffen. Nein! Er kommt runter zu dir. Jawoll, Partner habe ich bekommen. Anteil da am Mord, sehr schön. Das war jetzt Teamlay, ha? Ja, jetzt bewegt er, sag's ich! Aller, Engler schießt auf mich. Oder hört sich's vielleicht, muss ich auch nicht weisen. Jetzt, äh... Boah, das hat jetzt gedauert, Mann. Alter, dieser Rückstoß von diesen Waffen. Voll realistisch. Ja. Aber wenn man halt, sagen wir mal, nur Battlefield gespielt hat, ne? Ja, ja. Das ist... Boah. Aber Battlefield ist es mittlerweile auch ziemlich stark, ne? Ich weiß nicht, die haben wir gerade alle so in einer Klatsche. Also... Da hinten läuft einer. Wo ist er hin? Da ist er. Sehe ihn. Da hab ich ihn gesehen. Ich hab ihn angehittert. Los, kill ihn! Jawoll! Wow, ich bin angeschossen. Nein, ich hab ihn nicht erwischt. Ich wollte gerade abdrücken, das war schon scheiß Bot. Alter, die haben so einen Rückstoß-Kontroll. Das sieht man richtig, wie die Waffen immer hochgehen will, aber automatisch wieder nach unten gezogen wird. Ja. Alter, der Bot hat uns beide gerade gekriegt. Alter, die Bots machen das. Das ist echt übel. Aber wie viele Bots sind denn da drin? Warte. Die mit den normalen Namen meistens. Tommy Anarchist, Thomas Stoller, Sascha Peinlich, Bern Söldner, Martin Stein. Wir sind alles Bots. Ja, wir haben zwei normale Feinde. Alter, nur zwei? Das ist echt... Ja, wir sind auch nur zu zweit. Wir sind auch nur zu zweit. Falls du das mal wissen wolltest. Ach so. Alter, der eine Sniper, der nervt irgendwie. Ich glaub, das sagen die Gegner von mir auch. Zumindest. Die Bots würden es sagen, wenn sie es könnten. Ja, mich killt ihr immer, der eine Kartoffelchips wiederhörst. Da, 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 da. Jawoll. Oh, meine Fresse. Gott sei Dank. Ich konnte mal die Waffe nachladen. Sehr schön. Wo ist der Bus? Ja, 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 ja. Jawoll. Ah, das warst du. Sehr gut. Oh, ich hab mich nicht auf Steam offline gestellt diesmal. Egal. Ich glaub, das macht für ein Spiel nichts. Oh, da öffnet sich grad noch mal schnell vorbei. Oh, oh. Was? Oh, wie un... Wie scheiße ist das? Kommt er hoch? Der, 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 der Bot hat mich mit der Pistole gekillt. Alter. Jetzt wird's echt reinlich. Ja, da waren aber die Ones zu zweites, das war jetzt... Ja, gut, dann ist es ja was anderes. Ah, verdammte Kacke. Ne, die sind echt gut, die, also die Bots spielen richtig wie so... wie so richtige Spieler. Teilweise besser irgendwie, ich sag' ja. Na gut, besser vielleicht jetzt nicht, aber... Da trifft die, da trifft jeder Schuss von denjenigen. Die sind schon... Gut sind die schon, ne? Ja, die sind besser als mancher Spieler zum Beispiel. Das stimmt allerdings. Da, ich hab zuerst angefangen zu schießen, der schieß halt auch noch... Wenn ich so hinter nem Holzding bin, der schieß halt da durch, ne? Der hat mich halt so anvisiert, sowas wie ein Aim-Bot halt, ne? Das ist halt das, ja? Wenn der Bot dich im Visier hat, dann... ausgeschießen. Ne, ist leider wirklich so, also... Da kannst du nichts machen. Das ist dann wie so'n Magnet. Boah! Alter, der eine Bot läuft mit der Pistole rum und killt mich. Die haben keinen Rückstoß. Die bleiben einfach ganz aufm Körper. Ah, jetzt bleibt er stehen! Das kann's doch nicht sein! Der hat so einen Lack! Da kommt der Nächste. Ich hab immer das Glück, dass immer zwei vor mir sind. Ah, okay, Antolamon. Alter, bei der Kirche sind immer so unendlich viele Gegenteil. Ja, irgendwie. Nein, lass mich in Ruhe! Ich muss nachladen! Alter, Gott sei Dank, der ist grad irgendwie... erschossen worden. Ich muss mich mal ein bisschen heilen. Mach mal mal drei. Aber ich weiß nicht, ich mag die Karte irgendwie nicht. Ich find's jetzt zum snipen relativ geil. Ich hab keine Sniper. Ja, würd mich schon angekotzen, ne? Ja. Der Bot läuft erstmal durch die Anomalie durch. Was schießt mich da an? Ja, das hab ich auch das Gefühl, dass die durch Anomalien laufen können. Irgendwie. Ja, die knüren die über... Ach. Das Test find ich ein bisschen assi. Also ich weiß nicht, ob die Leben dann verlieren, aber irgendwie hab ich nicht so das Gefühl. Weil die ja voll gechillt von durchlaufen. Also... Alter, der hat Leben. Hab ich jetzt dreimal getroffen. Den Typen. Und dann ist er erst eingegangen. Die laufen immer wieder. Der ist voll lustig. Die Bots, die kann ich grad töten wie Lemminge. Oh fuck it. Alter, der Bot mit der Pistole, der killt mich jetzt schon zum dritten Mal. Läuft der echt mit der Pistole rum? Ne. Doch, der läuft die ganze Zeit nur mit der Pistole rum. Echt? Und sogar, da killt der dich dann. Immer von hinten oder so. Oder wenn du schon angeschossen bist, aber... Er killt dich. Jetzt der Sack. Oh mein Gott, der lungert in unserem Spawn rum. Ja. Wo ist er denn? Das ist der richtige Spieler, der auf dem Dach... Über uns jetzt was? Ja, irgendwie über uns oder so. Weißt du, er kann uns halt nicht im Spawn töten, aber der hat da alles weggesnipet. Auf dem Dach hier irgendwie. Wie er da drauf gekommen ist, keine Ahnung. Sag mir das nicht, dass jetzt sogar hier Spawn-Cammer gibt, oder? Ich wurde von dort erschossen. Von irgendeinem Dach hier in der Nähe. War der wirklich direkt auf dem Dach? Ja, ja, normal schon. Ja, ja, normal schon. Oder halt... Ich glaube schon, durch die Killcam? Oh Mann, was für einer. Wo war ich denn ungefähr? Ich hab hier gesnipet, glaube ich. Oder war das hier, hab ich hier gesnipet? Ne, das war schon... Ich muss ja einfach nochmal abschießen, dann wissen wir es vielleicht. Ne, Quatsch. Jetzt bin ich ganz verkehrt. Auf dem Dach. Also nicht in unseren Spawn, weil ich stand ja woanders. Bin mir grad nicht so sicher, wo ich stand. Ne, ne, was? Ich stand hier. Das heißt, ich wurde von dem Dach erschossen. Zack, ich wurde schon wieder angeschossen. Aber ich seh ihn zum verreckten, ne. Jetzt bin ich tot. Warte, jetzt achte ich mal drauf. Er ist auf dem Dach. Aber ich kann nicht erkennen, auf welchem. Aber der hat mich... Immer noch auf dem Dach. Ich seh den aber nicht. Ich wurde direkt wieder von der Seite erschossen. Aber da hab ich auch hingeguckt. Das gibt's nicht, Alter. Die Spots. Was sind das für... Was sind das für... Ich weiß nicht. Irgendwie mit den Waffen da. Ich hab noch meine Waffen nicht gefunden im Spiel, mit der ich echt gut umgehen könnte. Der ist... Da ist er. Der ist auf dem Dach. Hab ich's doch gewusst, der Sack. Der ist auf dem Spawn-Dach. Also der ist schon oben drauf. Also haben wir einen Spawn-Camper hier. So blöder Schlutschhalter. Ich sag's dir. Ist der tot? Weißt du das? Ich seh ihn nicht. Hä, wo ist er jetzt schon? Ah, ich seh ihn. Hab ihn. Sehr schön gemacht. Stimmt, das sind so Kisten. Da kommen echt da hoch. Was ist das denn? Wo denn? Sind die denn? Komm mit. Da. Da. Kisten. Da kommen wir schön locker hoch. Na ja, ich finde es schon bisschen dämlich. Beim Spawn solche Kisten hinzustellen. Dass man da dann hoch kann aufs Dach. Muss sie ja nicht sein. Ah ja, ich bin oben. Ah ok. Interessant. Ja, gut zu wissen, wenn man im Gegner-Team ist, ne? Und dann Spawn. Naja. Aber mit, glaub ich, ziemlich schnell dann weg. Na gut, der hat jetzt zwei Kills gemacht. Weil der kann immer die... Wow, zwei Kills. Ja. Mich hat er halt zweimal gekillt. Weil ich weiß nicht, was er noch alles gekillt hat. Ja. Du hast gesehen, wir haben ihn zweimal nicht gesehen. Wir sind rausgerannt, haben ihn gesucht richtig auf dem Dach und haben ihn nicht gesehen. Dann bin ich weitergerannt. Wollte ich die Position extra wiederfinden, damit ich nochmal erschossen werde. Damit ich genau weiß, wo er ist. Ich hab vielleicht gedacht, ich hab mich vom Dach vertan. Aber nein, es war wirklich direkt unser Spawn. Mach ich da die Lemminge wieder hier? Ich weiß nicht, wenn ich nichts Dauerfeuer mache, dann sterben die Gegner nicht. Aber wenn ich Dauerfeuer mache, dann treffe ich halt auch nicht so gut. Lala, schnell! Ach du Scheiße, Mann. Der was? Schon wieder der mit der Pistol. Alter, was? Alter, gibt dir nur Headshots irgendwie. Also die Bots, die haben echt so so... Wenn er wieder auf dem Dach ist. Ne, also ich glaub der Scharfschütze, der echt der... Der hasst der Schülerin irgendwie. Ne, ist er nicht. Diesmal war er nicht auf dem Dach. Aber... Der schießt die ganze Zeit auf meine Position. Ne, also die Bots, also ich... Ne, also da spiel ich echt gegen lieber gegen echte Spieler, weil es ist ja nicht mehr schön. Der eine Bot mit der Pistole, das ist ja... Sieg! Ja, geil! Ja gut, der hat halt jetzt nur Headshots gegeben, ne? Er leckt mich am Sack. Holy fuck! Okay, ich sieg okay. Jetzt habe ich für D wenigstens mal noch, äh... Einen Griff freigeschaltet. Oh, ich habe Schalldämpfer jetzt für die Remington freigeschalten. Richtig. Das ist natürlich nützlich. 10 zu 10, ich glaube man kann da ganz zufrieden sein. Ne, ich hab 17 zu 10. Ich glaube ich kann auch zufrieden sein. Eine einfach 29 zu 6, ne? Naja, das war der Sniper da. Ja. Ey, ich möchte auch endlich ne Sniper haben. Mann, nochmal. Hm, ja gut. Naja, zurück zum Stützpunkt. Zurück zum Stützpunkt. Und, würde ich sagen... Ja, dann... Dankeschön fürs Zuschauen. Danke fürs Zuschauen und... Schönen Abend noch, oder je nachdem. Ciao!